So, also wir sind jetzt hier und es geht weiter mit den Aus... äh, ach Quatsch. Ich glaube wir sollten uns nochmal um die Gästezimmer kümmern. Ja, genau das. Und zwar wenn ihr hier die Bilanz anguckt, das ist schon alles voll hier. Spaß und alles voll, bis auf dieses Wohlbefinden der Gäste. Und deswegen müssen wir uns noch die Zimmer angucken. Und dann bestellen wir jetzt hier so ein paar Sachen. Ich würde aber das noch gerne dekorieren irgendwie. Ähm, das ist mein... Wollten wir nicht CD-Spieler kaufen? Ne, ach, das ist Unterhaltung. Doch, oder muss ich Unterhaltung kaufen? Wohlbefinden der Gäste? Weil das ist ganz schön teuer. Guck mal, den kann ich mir nicht mehr leisten. Oder muss ich so weit spielen, bis ich mir einen davon kaufen kann? Weil, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Guck mal, was steht hier? Wohlbefinden der Gäste. Hat das nicht zwingend was mit einem CD-Spieler zu tun, oder? Was ist denn, wenn ich jetzt eine Pflanze kaufe für einen Zehner? Okay. Kann ich jetzt die hier... Ah, das hat's was gebracht. Oder muss ich die jetzt erst irgendwo einbauen? Hä? Okay, weg damit. Wo ist der Raum? Ach, da ist das, okay. Wie komm ich denn da rein? Oder war das jetzt schon besser? Hat das schon was gebracht? Ne, da ist das U. Noch halb voll. Aber wie komm ich denn jetzt zu den Gästezimmern? Los, auf zum nächsten Zimmer. Kann ich da jetzt... Ah ne, das ist Quatsch. Moment. So. Aha. Und das hier draufstellen. Super! Und hat das was gebracht? Warum muss ich da jedes... Aha. Ne. Oder... ...an die verschiedenen Zimmer jeweils ein Ding mal reinstellen. Ich glaub auch. Und dann kaufen wir mal hier noch schnell was. Auch nochmal so ne Pflanze. Was? Nicht so viel Geld. Ach doch. Das sind die Punkte. 8876 oder was. Ja, guck mal, aber da für Blumenpunkte kann ich mir noch kein Radio kaufen. Da muss ich nochmal Blumen-Dingsen gehen. Oh, was soll das? Das ist ja blöd. Ding. Verdammt nochmal. Das ist ja halt da. Total kurios. So. Davon kann ich schon voll viel Zeug kaufen hier. Guck mal, das ist ja ganz andere Kram hier. Ist ja super billig. So Lampen. Tapeten. Oh, richtig geile Tapete hier. Wow. Wow, ist so mega. So mega nice einfach nur. Okay. Okay. Neues Design. Bilder. Ja, Bilder brauche ich natürlich auch. Okay. So, was haben wir denn jetzt hier? Ne Pflanze. Okay, ne Lampe. Okay, ne Tapete. Wow. Ja, wow. Mehr fällt mir jetzt auch nicht ein. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Tut immer besser. Ja, es ist sehr gut. Okay, das ist fertig. Oder kann ich das wieder mitnehmen? Ah, ne. Okay. Ah, ich glaube ich muss wirklich alle Zimmer auf diesen Standard bringen. Oder wir versuchen jetzt mal das dritte noch. Ähm. Vielleicht habe ich nämlich noch nichts gemacht. Wie schön. Gute Idee. Ja, super Idee ist das. Na, wenn das nicht gut aussieht. Ja, wow. So, awesome. Okay. Okay, wahrscheinlich muss ich alles auf drei Sterne kriegen, oder? Also alle Sterne voll. Ah, okay. Das heißt, ich brauche für jedes Zimmer so ein Ding. Okay, cool. Dann, was brauchen wir jetzt für hier noch? Ne Lampe, ne Bettwäsche. Hätte ich doch mal ein bisschen sparsamer handeln müssen, hä? So, hab ich noch eine... Hä? Ich kann keine Bettwäsche mehr kaufen. Wieso nicht? Da brauche ich noch zwei Lampen. So. Okay. Ne, zwei Bettwäsche brauche ich noch. Tapete nehme ich auch nochmal für den mittleren Raum sowas mit. Pflanzen habe ich jetzt überall drin, glaube ich, dann. Teppich habe ich auch noch zwei. Bilder, kauf mal nochmal zwei. Um diesen Artikel zu bestellen, musst du mehr Punkte haben. Schau doch mal in der Spielebox vorbei. Oh mein Gott. Dort kannst du neue Punkte erspielen. Das Zimmer gefällt mir immer besser. Ich brauche hier noch Zeug. Ich muss noch mehr Spiele spielen. Das reicht noch nicht. Oh, ich muss noch... Das reicht noch nicht. Toll! Oh Gott. Ähm... Okay, eine Lampe. So, jetzt habe ich aber alle Sterne, oder? Brauche ich noch einen. Das ist wirklich toll geworden. Ah, okay, da steigt es. Jetzt habe ich noch ein Zimmer. Oder ich brauche für jedes Zimmer noch einen Kassettenrekorder. Okay, was habe ich für hier noch? Teppich. Ein Teppich. Prima! Und ein Bild. Und keine Vorhänge. Aber Bettwäsche. Wer sagt's denn? Und eine Tapete. Cool. Und eine Lampe. Und keine Pflanze, aber die steht hier schon. Das heißt, hier fehlt noch irgendwas. Mist. Da brauche ich noch einen Stern. Vorhänge. Nein. Jetzt... Ach, jetzt muss ich noch Spiele spielen. Ich will keine Spiele mehr spielen. Ich habe schon so viele Spiele spielt. Okay, und Bibi ist hier mit dem letzten... Ähm, Bild habe ich noch. Nicht wiederzuerkennen. Das gefällt unseren Gästen bestimmt. Oh, okay, wir müssen das letzte Zimmer noch fertig machen. Das heißt, ich muss noch... Wo gab es denn vier Punkte für welches Spiel? Tja, ich habe keine Ahnung. Weil ich kann mir jetzt nichts mehr leisten. Ich habe nur noch acht Punkte. So, also, äh... Es sind noch ein paar... Äh, paar Blumen und Zeug. Ja, tschuldig mal. Langsam, aber sicher, wird es hier ziemlich gemütlich. Mhm, deine Mutter wird ziemlich gemütlich. So. Guck mal. Punkte, nicht viel, aber... Äh, Unterhaltung, ne, Blumen. Ein CD-Spieler-Knaller können wir uns kaufen. Jetzt ist nur die Frage, was bringt der? Wenn wir den jetzt hier reinstellen. Macht der nochmal alles fresh? Oder ist das eher nicht so brauchbar? Genau mein Geschmack. Jetzt würde ich hier am liebsten einziehen. Ah, sie will einziehen. Und jetzt müssen doch alles fertig sein. Fehlt da noch eins? Nee. Oder wir verlassen das mal. Lass uns wieder rausgehen. Okay. Und jetzt sind wir fertig. Jetzt haben wir wirklich getan, was wir konnten. Das kann man wohl sagen. Komm, wir gehen nochmal in den Stall und gucken nach dem Fohlen. Ja. Oh, ja. Oh, was macht ihr denn hier? Das ist doch der Aufreger. Tina, sieh mal. Er hat die Stutenmilch ausgeschüttet. Was? Sie waren es also, der hier alles kaputt gemacht hat. Tut mir leid. Mein Reiterhof sollte gewinnen. Aber da bin ich wohl zu weit gegangen. Ich glaube, hier braucht jemand eine verdammt gute Erklärung. Und einen Anwalt. Ich rufe die Polizei. Ja, würde ich auch machen. Vier Wochen später. Reiterhof des Jahres gekürt. Aus dem landesweiten Wettbewerb ist der Martinshof als eindeutiger Sieger hervorgegangen. Das Familienunternehmen bei Falkenstein erhielt Bestnoten in allen Wettbewerbskategorien und wurde mit fünf Sternen ausgezeichnet. In ihrer Urteilsbegründung hob die Fachjury anerkennend hervor, dass die hohe Qualität von Angebot und Leistung sogar trotz wiederholter Sabotageakte gehalten werden konnte. Der Täter, Betreiber eines konkurrierenden Reiterhofs, wurde wegen unlauteren Wettbewerbs disqualifiziert. Die Redaktion bedankt sich bei allen Kindern, die so freundlich waren, die Arbeit der Jury durch das Ausfüllen eines Fragebogens zu unterstützen. Jetzt kommt's. Insbesondere danken wir Kevin Kunschke für seine ausführliche Beurteilung des Martinshofs. Kevin? Das hätte ich nie gedacht. Ich fass es nicht. Tja, der hat seinen Auftrag wirklich ernst genommen. Und sich sehr gut getarnt. Hab ich euch eigentlich schon gesagt, wie stolz ich auf euch bin? Den Titel habt ihr beiden Mädchen ganz allein geholt. Naja, nicht ganz allein. Ohne dich hätte der Martinshof niemals gewonnen. Na ach. Vielen Dank. Hab ich gern gemacht. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ja, tschüss. Äh, ich möchte das Spiel beenden. Obwohl die Spielebaut schon geil ist. Bis zum nächsten Mal. Das war 5 Sterne auf dem Martinshof. Mit Bibli und Tina. Bis zum nächsten Spiel. Und tschüss. Ufe klappern, Pferde traben, springen übern Wasser graben, über Stock und über Stein. Wer kann das wohl sein? Das sind Bibi und Tina, auch Amadeus und Sabrina. Sie jagen im Wind, sie reiten geschwind, weil sie Freunde sind, weil sie Freunde sind. Und. Und.